In diesem Video möchte ich euch den Unterschied sowie die Vor- und Nachteile der Girocard, der Debitcard und der Kreditkarte erklären. Bleibt also bis zum Schluss dran, damit ihr genauestens Bescheid wisst. Einer repräsentativen Bundesbankumfrage zufolge wurden 30% aller Käufe entweder im Einzelhandel oder im Onlineshop mit einer Karte bezahlt. Tendenz steigend. Immer mehr also wird das Bargeld von den unterschiedlichsten Plastikkarten ersetzt. Doch oftmals ist dem Besitzer nicht ganz klar, worin sich die einzelnen Karten im Geldbeutel unterscheiden. Fangen wir mit der klassischen Girocard an, die landläufig auch gern noch als die C-Karte bezeichnet wird. Bei der Eröffnung eines Girokontos bei einer Filialbank oder Sparkasse bekommt man meistens eine Girocard automatisch zugeschickt. Die Girocard genießt neben der Debit- und Kreditcard die größte Akzeptanz hierzulande. Mit ihr ist es möglich, Deutschland bald Bargeld an Geldautomaten abzuheben oder aber auch ohne Probleme in Restaurants, Kinos, Tankstellen etc. bargeldlos zu bezahlen. Das liegt daran, dass die Girocard ein wichtiger Teil im System der deutschen Kreditwirtschaften ist. Und sie ist extra dafür konzipiert worden, hierzulande alles bezahlen zu können. Sobald ihr mit der Girocard zahlt, wird der Betrag sofort von eurem Girokonto abgebucht. Ob sich bei euch eine Girokart im Geldbeutel befindet, könnt ihr daran erkennen, wenn ihr auf der Vorder- oder Rückseite der Karte das Logo der Girocard seht. Zudem werdet ihr die Aufschriften bzw. Logos von V-Pay oder Maestro auf der Karte finden. Und hier kommen die zwei großen Kreditkarteninstitute Visa und Mastercard ins Spiel. Denn die Banken haben ihre klassischen Girokarten mit einem sogenannten Co-Branding aufgerüstet. Durch die Zusammenarbeit mit Visa und Maestro können Kunden nun mit der Girocard nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern Geld abheben und bargeldlos bezahlen. Diese Transaktionen mit der Girocard sind aber oft mit höheren Kosten verbunden als mit einer Kreditkarte. Kommen wir zu den Debit-Kreditkarten, die von Direktbanken wie ING oder DKB herausgegeben werden. Diese Karten nennen sich zwar Kreditkarten und haben auch eine 16-stellige Nummer, wie bei den herkömmlichen Karten von Visa, Mastercard, Diners oder American Express. Diese Debitkarten sind aber in Wirklichkeit keine Kreditkarten, weil die Geldbeträge, die man damit zahlt, sofort vom Girokonto abgezogen werden. Und gezahlt werden kann damit nur, wenn Geld auf dem Girokonto vorhanden ist, also genauso wie bei den Girocards. Klar wird der Unterschied zu einer echten Kreditkarte, wenn auf der Karte die Aufschrift Debit eingraviert ist. Wo liegt dann jetzt der Unterschied zwischen einer Girocard und einer Debitcard? Nun ja, die größten Unterschiede sind, dass die Debitcard eine deutlich höhere Akzeptanz im Ausland genießt und dass ihr damit auch Internetkäufe tätigen könnt. Das geht mit der Girocard nicht. Auf der anderen Seite akzeptieren viele, vor allem kleinere Händler hierzulande, nur die Girocard bzw. die C-Karte im Bezahltermin. Das liegt daran, dass die Gebühren bei der Bezahlung mit einer Debit- oder Kreditkarte bei fast 1% liegen, während der Händler bei der Abwicklung mit einer Girocard lediglich 0,2% bezahlen muss. Deutschlandweit ist es also ratsam, immer eine Girocard oder genügend Bargeld mit sich zu tragen. Doch wie unterscheidet sich jetzt zum Beispiel eine echte Visa-Kreditcard von einer Visa-Debitcard? Ganz einfach, wir können mit der echten Kreditkarte erstmal Geld ausgeben, das ihr gar nicht habt. Quasi ein eingeräumter Kredit, den ihr immer abrufen könnt und erst nach 30 oder 60 Tagen komplett oder teilweise zurückzahlen müsst. Ihr bekommt also einen Verfügungsrahmen von zum Beispiel anfangs 1.000 oder 5.000 Euro eingeräumt, den ihr beliebig ausschöpfen könnt, ohne dauernd schauen zu müssen, ob das Guthaben dafür auf dem Konto noch ausreicht. Das ist bei einer Debitcard wie gesagt anders. Da könnt ihr in der Regel nur so viel Geld ausgeben, wie auf eurem Girokonto ist, beziehungsweise so viel, wie ihr euer Dispo zulässt, da eine Debitcard an ein Girokonto gekoppelt ist. Es gibt noch einen gravierenden Unterschied zwischen Debit- bzw. Girocard und einer Kreditkarte. Die Kosten. Die Debitkarte und die Girocard sind in der Regel entweder kostenlos, wie bei den meisten Direktbanken, oder im Schnitt für unter 15 Euro im Jahr bei Filialbanken zu bekommen. Bei Kreditkarten können je nach Kreditkartentyp unterschiedliche Jahresgebühren anfallen. Standardkreditkarten kosten bei Filialbanken zwischen 20 und 30 Euro im Jahr. Goldkarten mit Versicherungspaket kosten um die 100 Euro im Jahr. Ihr könnt euch natürlich auch die Zenturion-Karte leisten, besser bekannt als die schwarze American Express. Sie kostet allerdings mehrere tausend Euro Gebühren pro Jahr. Gerne könnt ihr mal einen Blick auf unseren Kreditkartenvergleich werfen, um hier genauere Informationen zu erhalten. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie uns gerne unten in die Kommentarbox schreiben. Denn sonst, wenn euch das Video weitergeholfen hat, würden wir uns über ein Like und ein Abo freuen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.